Leider können wir in einem Jahr heute in Hamburg nicht dabei sein, wegen den aktuellen Maßnahmen. Nichtsdestotrotz möchte ich als Botschafterin der Weihnachtsmannfreien Zone vom Onnefaziusberg Danke sagen. Danke an all der ehrenamtlichen Hilfe, die trotz der Corona-Maßnahmen dafür sorgen, dass Menschen einen Zufluchtsort haben. Dass Menschen eine warme Mahlzeit bekommen können, gerade jetzt dürfen wir nicht wegschauen. Im Gegenteil, wir müssen hinschauen. Deswegen möchten wir auch mit der Aktion Tatort Nikolaus euch tatkräftig unter die Arme greifen. Und wir versprechen euch, nächstes Jahr, hoffentlich ohne Corona-Maßnahmen, kommen wir auch vorbei. Und diese Aktion geht weiterhin mit Hilfe gebraucht. Bis dahin, eure Malte Kelly.